Schon seit 1968 ist der heurigen Betrieb Goldfuß als Ort des gemütlichen Beisammenseins im niederösterreichischen Bad Fischau-Brunn und weit darüber hinaus bekannt. Das traditionelle Unternehmen wird bereits in zweiter Generation von Familie Goldfuß geführt. Die Küche bietet neben klassischer Hausmannskost vor allem im Sommer ihre Besonderheiten. So locken beispielsweise Spare Ribs viele Genießer aus den umliegenden Bezirken an. Dadurch hat sich die hohe Qualität der Küche herumgesprochen. Durch die Konditorausbildung des Inhabers Erich Goldfuß kommen auch alle Schleckermäuler voll auf ihre Kosten. Neben feinen Kuchen ist, vor allem im Sommer, das selbstgemachte Eis in verschiedenen Eisbechervariationen allseits beliebt. Für freudige Anlässe jeder Art besitzt das Goldfuß eigene Räumlichkeiten. Ein großer Festsaal für bis zu 100 Personen bietet Platz für Geburtstage, Familienfeste oder Hochzeiten. Und der schattige Gastgarten des Lokals ist der ideale Ort, um den Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. Und der schattige Anlässe jederzeit, um den Tag in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.